Herzlich willkommen zum Videotutorial zur LPM Calliope Mini Karte 2, mein erstes Programm. In diesem Tutorial lernen Sie schrittweise, wie Sie Ihrem Calliope Mini beibringen, bei Druck auf die Taste A den Text Hallo Welt anzuzeigen. Starten Sie zunächst Ihren Webbrowser. Rufen Sie durch Eingabe des Textes mini.pxt.io in der Adresszeile Ihres Browsers den Calliope Mini Editor auf. Der Editor gliedert sich in drei Bereiche. Links sehen Sie eine Voransicht des Calliope Mini. Gleichzeitig handelt es sich dabei um einen Simulator, in dem Sie Ihr Programm testen können, ohne es auf den Mini kopieren zu müssen. Neben dem Simulator befindet sich der Blockbereich. Hier finden Sie die Programmblöcke, mit denen Sie Ihr Programm schreiben. Das weiße Feld rechts ist der Arbeitsbereich. Dort schreiben Sie das Programm, indem Sie die Programmblöcke zusammenfügen. Im Calliope Mini Editor startet ein neues Projekt immer mit einem Beispielprojekt. Löschen Sie dieses, indem Sie mit der Maus auf den obersten Block klicken. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie alles auf den Blockbereich. Dort erscheint dann ein Papierkorb. Wenn Sie die Maustaste nun loslassen, haben Sie das Beispielprogramm gelöscht. Beginnen wir nun mit unserem Programm. Klicken Sie dafür zunächst auf den Block Eingabe. Klicken Sie anschließend den Programmblock, wenn Knopf A gedrückt, an und halten die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste den Block in das weiße Arbeitsfeld und lassen die Maustaste los. Bewegen Sie die Maus als nächstes auf den Block Grundlagen. Wählen Sie hier den Block Zeigezeichenfolge Hello und ziehen ihn genauso wie zuvor in das Arbeitsfeld. Verbinden Sie die Blöcke miteinander, indem Sie den Block Zeigezeichenfolge in die Lücke des Blockes, wenn Knopf A gedrückt, ziehen. Achten Sie beim Verbinden der Blöcke darauf, dass die Verbindungsstelle gelb leuchtet. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf den Text und schreiben Sie Hallo Welt. Nun können Sie das Programm testen. Klicken Sie dafür im Bild auf den Knopf A und schauen Sie, was passiert. Jetzt wollen wir das Programm auf den Calliope Mini kopieren. Klicken Sie dafür zunächst im Browser auf den großen Button Herunterladen und speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte. Schließen Sie nun Ihren Calliope Mini mittels USB-Kabel an den Computer an. Das Gerät wird sich als externes Laufwerk beim Computer anmelden. Wenn Sie Ihren Calliope Mini zum ersten Mal mit diesem Computer verbinden, dann warten Sie bitte kurz, bis die Installation abgeschlossen ist. Kopieren Sie jetzt Ihr Programm auf Ihren Calliope Mini. Klicken Sie dazu zunächst auf den Download-Bereich Ihres Browsers und öffnen Sie den Download-Ordner. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die Datei. Wählen Sie Senden an und klicken Sie abschließend auf Mini. Das Programm wird jetzt auf Ihren Mini geladen. Sie erkennen den Vorgang am Ladebalken auf Ihrem Bildschirm oder an der blinkenden gelben LED auf Ihrem Mini. Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Wenn der Ladebalken durchgelaufen ist oder die LED sich beruhigt hat, ist der Kopiervorgang abgeschlossen. Starten Sie nun zunächst Ihren Calliope Mini neu, indem Sie den weißen Reset-Knopf drücken. Warten Sie einen kleinen Moment und probieren Sie dann Ihr Programm aus. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihr erstes Programm mit dem Calliope Mini geschrieben. Wir wünschen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!